Hallo liebe Leute! Willkommen zurück bei Overwatch. Grausig gemeinsam, durchgeballert, durchgeflogen, gewatched, whatever. In der letzten Folge haben wir Erfolge zu verbuchen gehabt, Niederlagen zu verbuchen gehabt, alles zu verbuchen gehabt. Und wir befinden uns immer noch auf dem Weg, dass wir alle Charaktere richtig kennenlernen, dass wir uns unser Spielgeschehen richtig einspielen können. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich wieder los. Ja, Level 7 sind wir schon. Wenn wir so Level 10 sind, dann sind wir schon wer, würde ich sagen. Dann haben wir so die Anfangsphase überstanden. Dann sind wir schon wer. Ja, dann hat man jeden Helden mal irgendwie so ausprobiert. Oh Gott, diese Origin-Skins sind ja schrecklich. Origin-Skins? Nein, wir haben doch durch die Origin Edition so fünf Skins freigeschaltet. Ich finde manche davon ganz nett. Also ich habe jetzt gerade nur das von Reaper gesehen, das ist schrecklich. Das ist halt Reaper, bevor er so ein Megaskelett wurde anscheinend. Angriff. Wir müssen angreifen. Wir nehmen mal zum Angreifen. Ich glaube, ich nehme mal Junkrat zum Angreifen. Was kann denn Senyata so? Moment. Was, Senyata? Der komische Mönch mit Bellen-Unsicherung. Ach, Senyata. Äh, der kann einen Heil, äh, also einen, 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 äh, wie sagen wir mal, einen, 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 einen Buff auf jemanden zünden, also so eine Heilkugel, und die heilt den halt über Zeit, immer wieder so ein bisschen. Okay. Äh, dann kann er eine dunkle Kugel auf einen Gegner abschießen, und dadurch wird sämtlicher Schaden auf diesen Gegner verstärkt. Sowohl von Senyata, als auch von anderen Verbündeten, die auf diesen Typen schießen. Äh, dann kannst du diese Kugeln abfeuern. Deine Ulti ist, dass du, äh, das hast du auch schon mal gesehen. Äh, dann, dann strahlst du so, so mega Licht von dir aus, und, äh, bist selber unbesiegbar, und alles in deiner Umgebung wird extrem geheilt von deinen Verbündeten. Ah. Ähm. Und seine normalen Angriffe sind auch gar nicht so schwach, ne? Er kann auch relativ Schaden machen, aber der, der, wie gesagt, Lucius ist derjenige von den Heilern, der am meisten Schaden macht. So. Guck, guck, guck mal, guck mal, dreh ich mal um, dreh ich mal um. Wiii! Alles klar. Ja, also mit Shift mach ich offenbar die Heilungskugel. So, ich geb dir die Heilungskugel. Guck. Na, 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 na. Oh, die Heizkugelkelle ich ja relativ oft? Äh, ja, aber halt immer nur einer. Das ist der einzige Heilungskugel. Wenn du wieder auf ihn mal an... Wow! Andere, mach das dann." Okay, alles klar. Ah ja, okay. Also immer auf den, der am besten nötig bleibt. So ungefähr. Au, Scheiße. Mann. Na, Hanso. Da hat er natürlich schön gewartet Ach komm So ein Scheiß Das ist schön, Junklet Dass du schon ganz andere Sachen überlebt hast Aber Hanses Fall und Kopf tut trotzdem B Die Zahl neben dem eliminiert ist immer Wie viel Schaden man gemacht hat, ne? Ja Und die Dunkelheitskugel mache ich wie mit E Ist das mein E-Skill? Ich glaube ja Oh Keinung Nein, 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 nein Oh Ach, da war auch noch ein Fest Oh, die sind alle da gerade an der Seite, okay Ja, habe ich gemerkt Die sind da alle gerade an der Seite Hanso Schon wieder Hanso? Ja Das gibt's doch nicht Es war nicht in der Seite, sondern der meilenweit entfernte Hanso Der dich mit einem Fall getroffen hat Oh Mann Ja, das passiert auch immer Ich habe die Eindungskugel einfach mal auf dich geworfen Vorsicht da oben Oh, der braucht Heilung Wo sind gerade die Feinde da? Oh Gott Alter, Schwede Ich habe es vergessen Was war mein Ulti? Irgendwas mit Heilung Du selber bist unversiegbar Nein, Osch Ich habe euch abgelenkt Mist Ach, die Ulti direkt vor ihm zerstört worden Must Misht, misht, misht Oh nein, 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 nein Drache, 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 Drache Ja, bin ausgewichen Ich habe ihn falsch erwischt Egal, wir haben den ersten Punkt ein Der zweite Punkt zu erobern, das wird wichtig Also ich bin unverwundbar und heile alle um mich rum, ne? Hallo, oh Gott Eieieiei Eieieiei Sie wollte ich Au, 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 au Auf jeden Fall Eieieieieiei Eieieieiei Ach, come on Wenn man am besten will, einfach nicht stirbt Ach, der hat sich gerade geheilt Oh, der hat ein Heilungsfeld gehabt Machen wir es halt anders Videomäckgabe Diesen scheiß Best-Gin werde ich mir jetzt grad hin Okay, ich dachte, dass ich ihm grad in den Rücken falle Aber ich habe mich geirrt Dieses Irren Wie hat sich das gekennzeichnet? Dadurch, dass ich plötzlich vor einer verschlossenen Tür stand Hihihihi Das ist aber wirklich gemein an den Maps Das es teilweise wirklich richtig lange Seitengänge gibt Die dann in eine Sackgasse führen Mein Teleporter wurde zerstört Der Pfad wurde geschlossen Ah, ich finde den Weg nicht Ach komm schon, stirb doch mal Geht doch Jetzt ist schon mal der Tod Ah, sehr schön Noch einer Nein, Schenk Oh, der ist fast tot Achso, ich kann nicht auf die Sicht Ich bin gerade allein, ich bin gerade allein Ja, ich dachte, ich kann doch angreifen Nein, nein, ich bin gerade Okay Vielleicht kann ich mich zu sehen, ja Ja, gut Das ist alles Ausprobiersache Aber es sah cool aus Es sah alles sah cool aus, ja Kurz haben sich alle auf dich interessiert Alle haben sich auf den, ja, auf dich interessiert, ja, der Unbestimmungsanstoß zur Veränderung Ach, das haben sie wirklich gemacht Ja, ja Alle draufgeballert Ach, das macht Best-Gin ist so ein nerviger Charakter, wenn er Gegnern hat Im Team mit Nieder haben sich das wahrscheinlich auch halt gedacht What the fuck Ja, war nett gemein So war ganz keine Sau da Ja, ja, ich wollte jetzt halt rein und einfach um mich schießen Achso Das war der Gedanke Aber ja, dass das nicht geht, habe ich nicht gewusst Ach, come on Zeit für einen soliden Beat Was? Was? Er hat mich getroffen Raketen war es Ich wurde nämlich von selben getötet Nein, es war Hansu wieder mit seinen Pfeilen Er hat Okay, ich wurde von Raketen getötet Er hat nicht mal geguckt, er hat einfach nur ganz Ach, Mann Schließt euch mir an Alter Ich wurde klatscht Ja, Best-Gin schießt schon wieder Hallo Best-Gin Alter, Schwede Ja, nee, ist klar Ist das eine unsichtbare Wand? Nee Ach, es leckt gerade Ist lecker? Bei mir hat es gerade massiv Bei dir hat es gerade massiv geleckt Vorsicht, Drachen Was? Ach, dein Abfallerschuss Er hat mich im Visier Ich weiß es nichts Wo ist Magreed? Das war an Oh, nee, nicht für oben Just Bastion Au, au, au Und das war natürlich Hansu I hate this Dieser Bastard Mann Das klang nicht gesund Nein, nervt Die ganze Die ganze Eine scheiß Bastion da ist Und jetzt kommt auch andere Hilfe Kommt Oh, wo sind wir jetzt hier landet? Oh Gott Ja, schön Das Spawner wird so gut geklaut Oh, stimmt einfach So Ach, da kam eine zweite Bastion Ihr wollt mich nicht verarschen Ich versuche hier gerade Ein Bastion an uns zu töten Es kommt immer wieder Auch immer ein anderer Einer kam gerade zu mir Um mich zu verteidigen Gegen Soldier 76 Ja Ist dann weggesprungen Und in dem Moment Gannte er natürlich um die Ecke Und Natürlich komme ich durch das Portal Und auf einmal kommt Kilde mich Man, das ist doch alles scheiße Oh Gott Ach, Tode, drei Nominierungen Zeit für ein unik Beat Ja, Sarah einfach Ich beschütze Noch drei Der Teleporter sitzt Mein Teleporter wurde vernichtet Nee, schnappen wir nicht Oh, schon wieder Im Best-Schön-Panzer-Modus Ach, komm Einer, ich gebütet Alter Ich kratiere noch Feuer Ist doch um Kass Ich hält Ich halte den Punkt Ich halte den Punkt Nein, fuck Ich habe gerade meinen Uli gezündet Einmal drinstehen Zeit holen Zeit rausholen Ja, es war einfach nur Ja, es war einfach nur Mega nervig Zwei Bastions Und Oh, Genji hatten wir noch nie als Highlight des Spiels Der kann für mich miese Highlight des Spiels haben Ich darf einen Oh doch, nice Oh doch, das war nicht schlecht Komm, dafür kriegt er seine Belohnung Der war nicht schlechter Kill Ich verweigere Hanzo meinen Vote Wieso Hanzo? Ach, war ja gar nicht Hanzo Aber Genji Ja Aber Genji hat seine Brüder Gott ey Neu mal gestorben und nur vier Kills gemacht Das war schlecht Das war richtig schlecht Ja Ich habe drei und acht Tode Und 2000 geheilt Aber an sich mag ich den Charakter Oh Sind zu viele Spiele rausgegangen Mal sehen, sieben Sekunden Blizzard, kannst du dein Versprechen halten? Ah, schon vorbei Das gibt es doch nicht Oh, jetzt sind wir schon gleich bei doppelter Zeit Immer noch nicht Ganz schlecht Ah, immerhin nicht das Dreifache der Zeit erreicht Nepal, da waren wir noch nie Ne, das stimmt Hier, da ist mein Charakter von eben Ist da verehrt Ja, das ist deine Heimatwelt Nepal Ich nehme jetzt mal Hanzo Von der Lore her Also in dieser Welt ist es so Dass halt diese Roboter Also so wie der Senjata Den du da spielt hast Es gab einen ganz, ganz großen Krieg Gegen diese Die heißen Omnix oder so Und Ich nehme einfach mal Mei Nehme Mei Obwohl, wir haben keinen Tank und keine Unterstützung Äh, gut Dann nehme ich Nimm ich Reinhard So Ach, vielleicht ist genau das Der Schlüssel zum Sieg Krass Keine Tanks und keine Unterstützung Ach, das ist dieses Angreifen Oh, okay Äh, ja Was für ein Angreifen? Na, dass wir Dass wir schnell zu diesem einen Punkt hin müssen Und diesen Punkt einnehmen Achso Und wer zuerst Zwei von drei hat Hat gewonnen So, Rechtsklick Habe ich nicht Achso, Hanzo Äh, also du kannst Mit Äh, Shift und E Kannst du zu Verschiedenen Pfeilen wechseln Das eine ist ein Äh, Sensorpfeil Wenn du den verschießt Wird alles in der Nähe Äh Aufgedeckt Also so ein bisschen Wie Widowmakers Sicht Ah ja, okay Und das andere Ist so ein Abprallerpfeil Da, da fällt sich Ein ganz vieler Pfeiler auf Und dann So, ich muss gleich Mal ein Schild machen Los, MacReady Töt ihn MacReady MacReady Schleichert der drauf Bam Bam So, da ist er weg Hör mal irgendwie den Reaper Geil Unter Punkt Sehr schön Ihr wollt mit hier rein? Niemals Solange ich hier den Schild Nicht wieder Ich gehe da rein Oh Ach Aber schon mal Ein eliminiert Umgehandelt Das wäre cool Wenn man bei diesem Modi Einstellen könnte Wie langsam Oder schnell Das steigen soll Und sowas Man kann auch Bloß an dem Gefechte machen Oh, der war die ganze Dauerhaft hinter meinem Schild Scheiße Oh, dass ich den Nau Da so eingeklemmt habe Dass ich nicht In die Ecken kommen habe Der Arsch Ich weiß es nicht Ja, jetzt kommen sie langsam Jawohl Hast du einen getötet? Zwei habe ich eliminiert Sehr gut Bam Ach komm, ich habe einen getötet Und da sind nur noch fünf Stück drin Ist ja gerade ein Messpress Ach, da ist eine Ulti hinter mir gezündet Deswegen Egal, ich habe einen immerhin getötet Was ist mein Ulti? Achso, deine Drachen Die Drachen Du musst in eine Richtung zielen Ah Oder in die Richtung Wo du halt diesen Pfeil abschießt Diesen Drachenpfeil In diese Richtung Fliegen die Drachen denn Okay Also ich muss das dann noch extra feuern, ja? Dann musst du deine Coup aktivieren Das ist dann das Feuern Ah Ah, neben mir Der Ninja Ah, scheiße Nein, 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 nein Oh Totgeninniad Ja, das ist auch von feindlichen Hand Und es stimmt Ich kam nicht schnell genug raus Dass es ein blöner Drachen geht Das ist reinhartt Weck Ey, 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 ey Wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie, da sind sie Ach Wir sind einfach duell verloren Gegen den feindlichen Handsuch? Ja Er ist tot Ich hab ihn gepackt und getötet Haben wir nicht gewonnen? Ja Verlängerung noch, aber Ach scheiße, Ulti So, erledigt Nee, irgendwie ist er noch Jawoll, erste Runde gewonnen Sehr gut Puh Das geht doch ganz gut Runde 2 Spiel weiter Reinhard Reinhard gefällt mir Ich muss sagen, May und Reinhard sind wirklich meine beiden Lieblingscharaktere eigentlich Ach, Hanzo war das, der die Wände hochklettern konnte? Hanzo und Genji können die Wände hochklettern Es gibt noch ein paar andere, die es auch noch können Boah Hätt ich ja nutzen können Jetzt weiß ich es Hast du deine Ultima abgefeuert gehabt? Hab ich ja, ich hab die da reingefeuert, als die unten da alle drin waren Aber irgendwie sind sie alle entkommen Äh, du musst halt darauf achten, nicht von oben nach unten Weil sonst gehen die Drachen einfach in den Boden rein So, erstmal dank Lucio sind wir ganz schnell hier So, Mann, ich bagge jetzt hier manchmal fest Ach, auf den Dächern kann man nicht stehen Okay Nur auf flachen Dächern Wenn sie so ein bisschen angestückt wird, ist schon Nicht möglich Oh, der hat gesessen, mein Treffer Oh, der hat gesessen, mein Treffer Oh, der hat gesessen, mein Treffer So, wo kommen die Schüsse? Oh, hi So, Farah aus der Luft geholt Ich liefere mir gerade ein Duell mit dem anderen Hanzo die ganze Zeit Achso Ich habe ihn einmal ausgeschaltet bisher und ich erhebe mich einmal Okay Das sind gerade zwei Junkrids? Wir sehen nur gerade ein paar zu viele Explosionen hier Ich bin auch hinter dir Alter, Schwede Ach, hinter uns war einer Ach, Mist Wie lange ich ihn gepackt hatte, wurde ich erledigt Es war zu viel Sprengkraft gerade von den Hand... äh, von den Spankplätzen Ich bin auch gerade noch... Shit Yes Die anderen Hanzo schon einmal erwischt Ich habe sie alle angehittet So, ich habe Lazen eliminiert und Reinog habe ich eliminiert Hallo Das ist Double Kill mit einem Hammerschlag Boah, ha, 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 ha Ich muss sagen, ich mag Hanzo Eloth das ist ja cool ich glaube so viel wie mit dem habe ich noch nie gekillt wirklich hat nur mich genommen der arsch mich auch übrigens bei junk red die diese dieses rad was er so fährt ja das kann man kaputt machen sie auch wenn du darauf ballast bevor es sich erreicht und es kaputt geht was ist kein schaden die hofer und schnappt euch den kopf um meine hand so getötet und noch ein paar andere getötet jetzt hat er ein riefer hat sich vor allem eingeschoppt mei schön lucio im speed Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Da vorne ist einer, da ist Junkrat Yes Treffer! Voll der Headshot! Der Junkrat muss auch aufpassen, wenn du halt irgendwie... Da ist der Reaper! Alter! Scheiße! Hab ihn eliminiert! Ja... Vorsicht Drache! Da bist du! Ich schau grad dazu, wer nicht mehr beliebt werde! Ja! Und an's reinfälle! Du! Geh auch noch! Hattest du auch noch? Ach, Dscherz! Ja, du Reaper! Bam! Bam! Ich wollte grad sagen, vorsichtig, der Ulti kommt, aber... Wir haben bereits gewonnen! Puh! Sehr gut! Puh! Puh! Ich in der Mitte, der Große! The Ramen! Puh! Nach irgendeiner feindlichen Junkratz! Ich glaub, wo er dich und mich eliminiert hat! Wahrscheinlich! Ja, das war das Ding! Oh fuck! Puh! Woah, Entschuldigung! Okay! Ihr 12.000 geblockter Scharnier! So! Ui, viele Leute sind rausgegangen! Das ist doch schon besser aus! 15 zu 7! Das gefällt mir besser! Kills mit Feuerschlag! Ich hatte vier Zielfortschritts-Kills! Sehr gut! Sehr gut! Schon wieder raus! Meine Güte! Ja! Ja, ist doch... Aber ganz schön! Beendet! Mit einem Sieg! Ich habe das gestellt, dass ich Han so sehr mag! Gautons Verbindung ist gerade ein bisschen am Abkacken! Verdammt! Sag mal was! Hallo, hallo! Okay, ich glaub, jetzt geht's wieder! Ja! Ich wollte gerade abmoderieren! Ja! Dann haben wir die Folge schön mit einem Sieg beendet! Ich habe festgestellt, dass ich Han so sehr mag! Das ist schön! Und... Joa, dann sehen wir uns in der nächsten Folge! Bis dann, euer Gauton! Euer Seramen! Ciao! Ciao!